jo leute was geht wieder am start mit dem mc4 gameplay und ja es ist wieder ein gameplay von mir auf jeden fall es ist überstunden herrschaft die nächsten gameplays glaube ich sind alle herrschaft weil da habe ich länger aufgenommen bei herrschaft auf jeden fall ja zu den themen heute das erste thema ist einmal wie zu mc gekommen bin und was mein lieblings mc ist und wie zu den kommen bin war eigentlich eine ganz witzige geschichte muss ich sagen weil am anfang wie mein erstes smartphone gehabt habe war es ist 3gs und da war ich aber noch zu klein und habe halt nicht mc spielen dürfen oder mc2 zumindest und ja auf jeden fall habe ich das nicht gespürt ich habe zwar gewusst dass es so ein apps da ist aber bei denen habe ich nicht einmal gewusst dass ich noch anfangen mit youtube oder so also da da habe ich mir das noch gar nicht vorstellen können auf jeden fall wie ich das dann gehabt habe das mc2 habe ich am ipad gehabt ah ja genau das war ja so ich habe gar nicht mc2 gehabt am anfang wie es ausgekommen ist es war dann so mit 3gs ist danach hingeworfen so der akku und das und dann habe ich das s2 kriegt das samsung und da habe ich mir dann einmal aufgeladen gehabt monocompat 4 aber nur halt das vier weil die anderen teile wie online kennt und so und dann habe ich heute ipad gekriegt und da habe ich mc3 gespürt also kann man eigentlich sagen mc4 war mein erstes mc und ja auf jeden fall habe ich dann beim ipad mc3 habe ich gern und das habe ich dann am meisten gespürt vor allem mit dem kleinen zusammen immer das war war ich geil aber dann hat sie noch ein jahr hat sie der klaren aufgelöst und ah ja ja habe ich mc3 gespürt und dann hat sie der aufgelöst und gedacht so reichst jetzt mal zusammen spüre runde mc4 schauen wie es dir taugt und ja dann habe ich wirklich angefangen mit mc4 am anfang habe ich richtig abkackt eigentlich kann man sagen mit dem ipad weil ja keine ahnung ich glaube das war mir zu früh ein bisschen zu klein und ja und jetzt kann ich gar nicht mehr spüren mit dem dings mit dem ipad weil alles lag auf jeden fall ja dann bin ich zu mc4 gekommen und mc4 hat mir da nicht so taugt deswegen habe ich mir mc2 geholt und dann hat es eigentlich angefangen mit mc2 weil das habe ich auch gern gespürt aber am längsten muss ich echt sagen war mc3 weil ja ich weiß nicht das spiel hat mir am meisten taugt das ist so schnell immer gegangen entweder entweder hast du skill gehabt oder du warst einfach nur scheiße und bei mc4 ist es halt nicht so da gibt es wirklich die noobwaffen und das finde ich eigentlich ein bisschen schade und deswegen ja bei mc4 gibt es halt einen reiz aber bei mc3 hat es auch die nuke geben oder gibt es halt immer noch und ich schaue da gerade beim gameplay oder da renne ich den habe ich so lange noch bis ich den endlich habe auf jeden fall ja mc3 war mein lieblings mc3 und das erste das wird glaube ich als lieblings mc wird dann glaube ich mc5 sein schätze halt einmal ich weiß nicht wie es sein wird ob mir das dann gefallen wird oder so bin neigierig auf jeden fall bis jetzt war es immer mc3 weil bei mc2 waren die granaten so extrem starke so einen radius keine ahnung die hat so einen starken radius immer gehabt und das war richtig scheiße und deswegen finde ich mc3 am besten du hast einen reiz gehabt wegen der nuke ähm es war nur die ops die was ein bisschen nubig war aber das ist uns eigentlich war da ist uns noch irgendeine bei mc3 ja die zxd genau den granatenwerfer der ist auch halbwegs op aber sonst ist eigentlich bei mc3 nix overpowered und es ist einfach nur geil weißt die weißt ja die herausforderung hast und wenn es dann so kurz davor bist dass du einen nervenkitzel hast und das hast bei mc4 vielleicht ein bisschen weniger bombe aber das schaffst du auch locker die 14 kills und bei mc2 hast du sowieso nicht gehabt da hat es gar keine killstreaks geben ähm und ja das war es jetzt eigentlich nein das war es noch gar nicht von mir es sind noch 1 minuten also können ein bisschen rein auf jeden fall ja jetzt am ipad habe ich mc3 angefangen und dann habe ich nach einer zeit noch ein s2 das ist dann hin geworden prozessor war hin der war extrem ist mein handy ist immer extrem heiß geworden und dann war es irgendwann hin und dann habe ich das iphone 5 gekriegt und dann habe ich ein bisschen am iphone 5 gespielt aber nicht viel weil ja wer spielt auf dem iphone wenn man ein ipad hat aber jetzt ist es halt so jetzt muss ich mit dem iphone spielen weil das iphone nicht mehr mitkommt mit der version und mit dem shellberg und das alles und ja auf jeden fall mc3 mein lieblings mc und mein erstes ähm ja sandstorm das habe ich noch nie gespielt ich will es glaube ich auch nicht spielen weil da gibt es nur hacker angeblich und bei mc2 ja ist auch ein geiles spiel ich muss sagen als erstes kommt bei mir mc3 dann mc2 dann kommt mc4 und dann kommt sandstorm oder wie das heißt und ja es war es auch von mir von mir nächsten ich weiß nicht wann das nächste kommentare kommt auf jeden fall lasst wieder bewertungen kommentare und alles da ich kann es auch gerne in die kommentare schreiben was eier erstes und lieblings mc war und ja ich bin raus Leute ciao ja 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 ja